Ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 11. Oktober und wir haben heute die Botschaft bekommen Tier und Mensch, finde deinen Totem. Ja, da geht es darum, dein Krafttier zu finden, Tier und Mensch zu vereinigen. Tier und Mensch sind ganz, ganz stark miteinander verbunden, vor allem ich zum Beispiel habe einen Hund und ja, das ist hier einfach wirklich meine Seelenverwandte, diejenige, die wirklich immer an meiner Seite ist und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du das einfach auch spürst oder du hast das Bedürfnis, einfach den Haustier zuzulegen oder etwas für Tiere zu tun. Tiere sind unendlich dankbar, sie haben hier die bedingungslose Liebe, wo wir Menschen hier wirklich auch etwas abschauen können von den Tieren. Vielleicht ist es bei dir wirklich so, dass du dir entweder ein Haustier anschaffst oder dass du dich heute ganz besonders mit deinem vorhandenen Haustier verbunden fühlst. Das ist sehr, sehr schön und ich wünsche dir hier wirklich einen wunderschönen Tag. Tschüss!